Das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert für jeden. Auch für Mütter, die jetzt vielleicht nicht damit arbeiten möchten, die einfach nur Kinder zu Hause haben und da helfen wollen. Ich denke, wir sollten das so weit wie möglich in die Welt hinaustragen, weil ich denke, das ist eine Sache, die in Zukunft unheimlich viel Wert haben wird. Ich bin Sabine Schneider und ich habe bis jetzt in der Altenpflege gearbeitet. Ich bin Mutter von vier Kindern und hatte da auch so einige Kämpfe und habe dann im Internet recherchiert, weil ich unbedingt mit Kindern arbeiten wollte und bin direkt auf die CPE gestoßen und da auch sofort hängen geblieben. Also ich bin auf die Seite gegangen und wusste genau, das willst du jetzt machen. Und jetzt bin ich hier. Ich muss sagen, ich bin total fasziniert von diesen Tools. Ich hätte mir vorher nie vorstellen können, dass es solche Sachen gibt, die so viel bewirken. Auch an mir selber. Ich habe so viele Blockaden aufgelöst und so viele Themen bearbeitet, wo ich wirklich schon jahrelang eigentlich dran rumdokter, so mit mir selber jetzt ohne irgendwelche Hilfe, aber so familiäre Dinge und auch aus meiner Schulzeit Dinge, die einen doch das ganze Leben irgendwo begleiten. Also es ist einfach faszinierend. Als ich hier in uns reinkomme, bin ich total freudig, erregt, gespannt, was der Tag bringt, was ich heute wieder Tolles, Neues dazu lerne und eigentlich freue ich mich jeden Tag schon hier überhaupt hinzukommen. Das ist so eine Bereicherung auch für mein Leben, für mein Gefühl, auch für mich als Mutter. Man geht ganz anders an seine Kinder heran und ja, es sind unheimlich viele Veränderungen, die in einem selbst passieren und ich bin einfach nur jeden Tag glücklich, wenn ich hier reinkommen darf. Daniel finde ich ist ein ganz besonderer Mensch, unheimlich fesselnd, sehr authentisch. Also ich habe eigentlich noch keinen vergleichbaren Menschen kennengelernt. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert für jeden. Auch für Mütter, die jetzt vielleicht nicht damit arbeiten möchten, die einfach nur Kinder zu Hause haben und da helfen wollen. Und ich denke, wir sollten das so weit wie möglich in die Welt hinaus tragen, weil ich denke, das ist eine Sache, die in Zukunft unheimlich viel Wert haben wird und auch gebraucht wird vor allem. Ich habe vier Kinder und ich sehe, was in den Schulen los ist und mit den Kindern los ist und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir so auf dieser Schiene weiterarbeiten mit den Kindern. Ich habe vier Kinder, die Kinder, die Kinder und Kinder, die Kinder und Kinder. Ich habe eineníz